Seit dem Gummirüben-Gipfel am 29. September 2023 in Offenau sind drei Wochen vergangen. Wir haben vor wenigen Wochen die Taskforce gegründet, die intensiv am Thema SBR arbeitet. Die neu aufgetretene Krankheit der Zuckerrüben in den betroffenen Gebieten ist weiter fortgeschritten. In den Einzugsgebieten der Zuckerfabriken Offenau und Ochsenfurt wird von der Hand in den Mund gerodet. Das heißt, die Erntearbeiten werden so terminiert, dass sie erst kurz vor dem Abfuhrtermin stattfinden. Dadurch wird die Lagerzeit am Feldrand minimiert. Deshalb bleibt die Qualität erhalten und die Verarbeitung läuft bisher normal. Mit den nun etwas kühleren Temperaturen hoffen wir, dass in den kommenden Wochen eine etwas längere Lagerung am Feldrand möglich wird. Aus der Taskforce heraus sind zahlreiche Aktivitäten angestoßen worden. Erstens, Lagerversuche gerodeter Rüben in praktisch allen Rübenabteilungen. Hier sollen wichtige Erkenntnisse für die Vorratsrodung ab Anfang November gewonnen werden. Zweitens, Einrichtung von Modellregionen mit besonderen ackerbaulichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Gummirübenkrankheit. Drittens, Gespräche mit den Zuckerrübenzüchtern. Es geht um Themen wie zum Beispiel Grundlagenforschung. Warum müssen wir noch mit Spezialisten Sachen bearbeiten rund um die Bakterien, rund um die Zikaden? Es geht um das große Thema Züchtergespräche, Highlightergespräche. Wir hatten gestern ein erstes Gespräch mit einem Züchter. Dort gibt es sehr vielversprechende Genotypen. Hallo, guten Tag. Ich bin Rob von Daitre, der Geschäftsführer von CES von der Haare. Und ja, in Deutschland sind wir, das war schon acht, neun Jahre vorher, haben wir eine neue Challenge angenommen, um eine Lösung zu finden für SBR. Und heute kommen wieder neue Aufgaben und wir sind sehr froh, dass wir für die ersten SBR eine gute Lösung gefunden haben. So, heute haben wir neue Challenges zu erarbeiten. Und Hendrik, vielleicht können Sie ein bisschen erklären. Ja, ich bin Hendrik Tschöp, verantwortlich für die Züchtung bei CES von der Haare. Heute haben wir die Taskforce SBR besucht. Wir haben ein neues Problem, Rubbery Taproot, in einigen Gebieten in Süddeutschland. Und wir haben heute direkt besprochen mit der Taskforce, wie wir das Problem eingehen können. Wir haben Probleme und neue Projekte besprochen und auch schon beschlossen. Und wir sind so übersichtlich, dass wir hier in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren deutlichen Fortschritt machen können. Bereits in den heurigen Versuchen sieht man Typen, die weniger vergilben und welken als andere Sorten. Das macht Hoffnung. Allerdings gibt es noch keine Ertragsdaten. Viertens Zusammenarbeit mit anderen Regionen. Die gesamte Problematik wird zu einem Arbeitsschwerpunkt des Instituts für Zuckerrübenforschung in Göttingen. Dort sind auch die anderen Regionen Deutschlands eingebunden, bei denen erste Symptome der Gummirübenkrankheit inzwischen auch sichtbar werden. Insgesamt ergeben sich bereits nach drei Wochen intensiver Beschäftigung der Taskforce mit dem Thema interessante Ansätze. Unser Ziel ist, dass wir Ihnen bereits 2024 erste Ergebnisse zeigen können. Das heißt, wir sind mit Hochdruck an dem Thema SBA dabei und sind sehr positiv, dass wir Ihnen dort in den kommenden Jahren auch eine Lösung bieten können.